General, hier spricht Cole Sullivan. Over. Cole, endlich! Warum hat das so lange gedauert? Kleine Verzögerung. Aber hier gibt's ein Problem. Es scheint, die Basis wird evakuiert. Wenn das stimmt, wird die Forschung in einen neuen, geheimen Ort verlagert. Ich prüfe das. Das kann ein Täuschungsmanöver sein, Sullivan. Gefährten Sie nicht den Einsatz und erledigen Sie erst Ihren Auftrag. Mit diesem Einsatz soll die Gefahr, die von der Forschung ausgeht, beseitigt werden. Das ist meine Mission, General. Und ich bin ermächtigt, alle Entscheidungen zu treffen, die ich für notwendig halte. Über den Hauptcomputer erfahre ich bestimmt mehr über die Evakuierung. Wissen wir, wo er steht? Ihre Einstellung gefällt mir nicht, Soldat. Dieser Computer befindet sich im Zentrum der Basis und ist zweifellos bestens gesichert. Wir können eine neue Karte auf Ihren PDA überspielen. Aber Sie gehen ein großes Risiko ein. Ihr Ziel lautet, die Basis zu zerstören. Ich trage die Verantwortung für diesen Einsatz und ich habe mich bereits entschieden. Sie haben das Recht dazu. Aber denken Sie an das Ziel des Einsatzes, Sullivan. Over and out. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Was ist das? Stop! Das war's für mich. Was ist das? Das war's für heute. Hey! Was ist das Schum? Geben Sie! Ich bin auf dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin mit der Hand! Ich bin mit der Hand! Versteh mich! Bebeheu! Der Wettbewerb ist der Wettbewerb. Oh 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 Oh